Musik Um heuer auf Nummer sicher zu gehen, gebe ich meine Wunschliste direkt am Christkindl-Postamt in Christkindl bei Steyr ab. Musik 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 Ich bin ja auch aus Steyr, aber du als Postamtsleiterin hier kannst mir sicherlich viel genauer erklären, welche Tradition hier dahinter steckt. Ja natürlich hat das Postamt Christkindl schon eine große Tradition. Wir haben ja heuer schon bereits das 64. Mal offen. Und es besuchen uns ja wie man sieht heute sehr viele Leute aus dem In- und Ausland. Natürlich kommen auch viele Kinder her mit den Eltern, die uns dann eben die Wunschbriefe ans Christkind abgeben. Das heißt, die Kinder können nicht nur aufs Fensterbanken legen, sondern auf Nummer sicher gehen und es direkt hier herbringen aufs Christkindl-Postamt. Natürlich, ganz genau. Also wir sammeln dann die Briefe und das Christkindl haben wir leider selbst auch noch nie gesehen. Also es kommt anscheinend immer in der Nacht und holt dann die Briefe. Du hast auch einen Adventspruch für uns? Natürlich habe ich auch einen Adventspruch und der heißt dann so, wir werden Frieden finden, wir werden Engel lauschen und den Himmel sehen funkeln von Diamanten von Anton Tschecho. Ich glaube, du hast ja auch ein Geschenk für unsere Zuseher vorbereitet. Natürlich haben wir auch ein Geschenk. Und zwar, also wenn wer kommt, der kann sich bei uns den Christkindl-Raumduft, der heuer ganz neu ist, abholen. Oh, dann riecht es zu Hause weihnachtlich. Ja, auf jeden Fall. Ja, wer diesen Christkindl-Raumduft gewinnen möchte, der schreibt einfach eine Nachricht mit dem Betreff Christkindl an die hier unten eingeblendete Adresse. und das war ein Spann mit Geschenk. Herr Simp.